Hallo und willkommen zum zweiten Videotutorial Diagramme verändern. Diesmal geht es um zwei Datenreihen, wie man die entsprechend hinzufügen kann. Viel Spaß damit. Ja, um ein Diagramm entsprechend zeichnen zu können, braucht man entsprechende Werte. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Einmal hier die Top-Filme und dann die beliebtesten Filme zwischen Männern und Frauen. Die Männerkategorie, die kommt hier noch. Und wir geben hier erstmal die verschiedenen Prozentzahlen an. Und hier raus können wir jetzt schon ein Diagramm erstellen. Dazu klicken wir hier auch entsprechend auf Filme. Hier muss praktisch die aktive Zelle links oben sein in dieser Auflistung. Und hier unter Einfügen haben wir hier die Kategorie Diagramme. Wir haben hier verschiedene Arten von Diagrammen. Wir bleiben jetzt erstmal beim Säulendiagramm. Und selbst hier haben wir noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Arten von Säulen auszuwählen. Ich bleibe jetzt erstmal beim 2D-Säulendiagramm. Wenn ich hier draufklicke, dann ist automatisch eigentlich schon mein ganzes Diagramm fertig. Ich habe hier einmal unten die Rubriken und hier in der Höhe habe ich die Kategorien. Also die Kategorien Filme in ihrer Höhe und unten in der X-Achse. Da habe ich dann die entsprechenden Filme. Wenn ich das nicht haben möchte, dass Excel für mich das Diagramm zeichnet oder ich habe hier eine größere Tabelle, dann muss ich das halt manuell machen. Ich kann hier also reinklicken, kann sagen Daten auswählen und dann sehe ich hier in diesem Fenster, ich habe hier also einmal die Rubrik Frauen und die kann ich hier entsprechend löschen. Das Diagramm wird dann sofort leer. Wenn ich sage hier hinzufügen, dann brauche ich erstmal den Reihennamen. Dazu kann ich hier entsprechend draufklicken. Der Reihenname ist hier dann Frauen und den Reihenwert, also die Werte, die sich darunter anschließen, die kann ich auch auswählen. Aufpassen, hier ist dadurch, dass hier schon diese Säule dargestellt ist, hier ist schon ein Wert drin. Den muss ich entweder rauslöschen oder ich klicke hier drauf und kann dann diesen Bereich markieren. Und mit OK sehe ich, ich habe jetzt also hier die Frauen ausgesucht und hier entsprechend rechts macht Excel hier einfach eine Nummerierung durch. Hier kann ich ebenfalls auf Bearbeiten klicken und dann sage ich Achsenbeschriftungsbereich. Hier kann ich auch wieder hier entsprechend draufklicken. Dann wähle ich hier entsprechend die Achsenbeschriftung aus. Aufpassen, dass man nicht Filme mit markiert, weil sonst steht hier auch Filme. Und dann habe ich hier die entsprechende Achsenbeschriftung drin und kann hier auf OK gehen. Gut, fügen wir die Männer nochmal hinzu. Hier haben wir auch bestimmte Werte, die sollen sich jetzt natürlich unterscheiden, damit es hier unterschiedliche Höhen gibt. Hier kann ich ebenfalls hier reinklicken, dann Daten auswählen und dann kann ich sagen hinzufügen. Ich brauche jetzt wieder einen Reihennamen mit, da klicke ich hier drauf. Hier schaue ich, dass ich entsprechend das, was hier drin steht, schon rauslösche und dann auch die angegebenen Werte unter dem Reihennamen markiere. Und schon ist eigentlich mein Diagramm fertig und mit OK sehe ich dann hier jetzt beide Kategorien mit Männer und Frauen im Vergleich. Und dann geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020